hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal ein kleiner hund spaziergang oder spaziergang mit dem hund der hat spaß rennt im feld rum und er freut sich seines lebens heute ist mal wieder super wetter super ausblick da hinten die kleine bergreihe das ist da fängt schon der felserwald an wir liegen also genau zwischen odenwald und felserwald und hier kann man also super spazieren gehen das video wackelt etwas mache alles mit dem handy und die die zuschnitte wenn man so nennen kann vom video mache ich auch mit dem handy deswegen ist das alles nicht so perfekt deswegen sind auch viele videos ältere videos von mir noch in hochformat und nicht in 16 zu 9 ich weiß ja dass gern in 16 zu 9 geguckt wird statt im hochformat aber es ist nun mal so jetzt mittlerweile habe ich hingekriegt dass ich wenigstens 16 zu 9 aufnehmen kann und es dann hochladen kann weil mein internet hat auch nicht die kapazität dass man da full hd videos und was weiß ich alles da hochladen kann das dauert dann ich schon das dauert jetzt schon ewig geht bis ich das hochladen habe aber es ist nun mal wie es ist ja fein du hast spaß gell ja du hast spaß ja der frühling kommt soll ja wieder etwas kälter wäre aber der frühling der kommt auf jeden fall und der sommer kommt auch aber wetter ist heute wenig sagt wieder klasse macht richtig spaß geht raus leute geht spazieren wenn ihr könnt nach der arbeit wochenende schnappt die familie freunde oder alleine geht grille macht feuer schön nimmt messer mit macht bisher auto bis die buschkraft bis zu spazieren gehen bis sie wandern egal hauptsache raus so ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal ciao 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 ciao